Willkommen im Hotelrestaurant Schönemann. Unter dem Motto, dem Gast das Beste, empfängt der traditionelle Familienbetrieb Gäste aus der gesamten Welt. Die Zimmer des 90-Betten-Hotels sind mit allem Komfort ausgestattet. Die Junior-Suiten verfügen über ein geräumiges Badezimmer mit separatem WC. Ein reichhaltiges Frühstücksbuffet liefert Energie für den neuen Tag. Im Restaurant kommen verwöhnte Gaumen ganz auf ihre Kosten. Hier ist Wohlfühlen angesagt. Im Biergarten genießen sie sonnige Stunden bei einem kühlen Pilz. Ein Ort der Ruhe und Entspannung ist das Hallenschwimmbad. Weitere Wellnessprogramme wie Massagedüsen und eine Schwalldusche runden das Angebot ab. Das Hotel bietet einen Tagungs- und Seminarraum. Radtouren mit unseren eigenen Leihfahrrädern lassen keine Langeweile aufkommen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch im Hotelrestaurant Schönemann im Münsterland. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.